Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Kalash 4 4, Dreckig Reden, Sauber Flown Das letzte Album von Kalash 4 4, D-Bay im Gesetz, erschien im September 2016 und liegt somit schon mehr als 4 Jahre zurück. Jetzt steht das dritte Solo Album des Neuköllners an. Dreckig Reden, Sauber Flown kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Capital Bra, Saphir und Samra. Das Release kommt über Urban und erscheint als Bundle. Mert, Kunde ist König 2 Im September 2017 erschien mit Kunde ist König das Debütalbum von Mert. In den Jahren darauf folgten noch die Alben Delikanle und Boxerschnitt. Jetzt steht mit Kunde ist König 2 das vierte Album von Mert an. Das Release beinhaltet 15 Tracks, Features kommen unter anderem von Alpagan und King Kralil. Das Album kommt über Mula Brothers und erscheint als Box. Ufo 361, nur für dich Das letzte Album von Ufo 361, Rich Rich, erschien im April diesen Jahres und liegt somit gerade einmal 5 Monate zurück. Auf seinem neuen Album widmet sich Ufo diesmal vor allem der Thematik der Liebe. Für den Sound ist hauptsächlich Sonos 030 verantwortlich. Nur für dich kommt voraussichtlich mit 13 Tracks und beinhaltet Features von Bowser, Data Love und Young Huren. Das Release kommt über Stay High und erscheint als Box. Taimo Rap & Roll Im April 2018 erschien mit Tide Till I Die das letzte Release von Taimo. Im Oktober 2018 kam dann noch der steuerfreie Money Label Sampler mit 8.4 und Stanley. Jetzt meldet sich der Hamburger mit einem neuen Album zurück, welches komplett von G-Time produziert wurde. Rap & Roll beinhaltet 15 Tracks, Features kommen unter anderem von 8.4, Danny 111 und Stanley. Das Album kommt über steuerfreie Money und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf. Ciao.